Übergang TV Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel Übergang TV Also letztens, am Wochenende, bin ich so nichtsahnend durchs Rotlichtviertel in München am Hauptbahnhof gelatscht Und dann komme ich an so einem Laden vorbei, ich habe diesen Laden noch nie gehört, noch nie gesehen davor Und wir stehen so davor Okay, läuft gute Hip-Hop-Musik Habt ihr Bock da rein zu gehen? Und dann bin ich so, ja okay, lass mal den Club checken, dann sind wir da rein in diesen Club Und dann war das irgendwie folgendermaßen mal ein bisschen strange Weil die Leute, entweder saßen sie nur rum oder sie standen nur rum Und es haben jedes Mal nur ein bis zwei Leute getanzt Sah so auf Und dann geht's Ja, das war schon ganz cool. Die standen halt alle im Kreis und haben sich gegenseitig krass gefeiert. Und bei manchen Moves sind alle komplett ausgezickt und die haben es nicht wirklich ganz gecheckt. Manche konnten sich endstrange, aber unglaublich gut bewegen. Ja, das war schon. 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 Ja, das war ja. Und er wird die Haus-Winner in der Basketball des Nines in New York City Die Street Jump Rack-Bridge End Oh yeah, I beat him He's feeling it Smooth like a cat 10 Sekunden left Fünf, vier, drei, zwei, eins. All right, Applaus für das Hausfinale. All right, Applaus für das Hausfinale. Das war Übergang auf dem Champion of the Best Tanzbattle. Es ist auf jeden Fall sehr cool, da dabei zu sein. Ihr müsst euch das unbedingt mal reinziehen. Funk the System, Champion of the Best. Absolut geiles Ding. Ja, der Abend ging noch weiter. Die haben dann teilweise bei uns gepennt. Irgendwie der Tscheche, der das Hip-Hop-Ding gewonnen hat, hat auf jeden Fall hier hinten auf der Couch gelegen heute. Und es war ein schönes Ding. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, den Daumen nach oben unten abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.